Papa, du musst auch noch einen Sonnenhut aufsetzen. Stimmt, Anna, das sollte ich tun. Beim Kajakfahren braucht man einen Sonnenschutz. So, dann können wir jetzt los. Juhu, ich bin schon total gespannt. Ah, hallo, da seid ihr ja. Hallo. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich bin übrigens Andreas und das ist mein Hund Cleo. Oh, aber der ist sehr groß. Für die Kinder habe ich Schwimmwesten. Die solltet ihr jetzt anziehen. Super, dann kann es jetzt losgehen. Ich hole euch beim Ausstieg nach dem Krillplatz wieder ab. Okay, alles klar. Juhu, wir fahren los. Lena, dreh dich mal um. Ich habe noch ein Paddel für dich. Hier sind die Paddel. Und dann gute Fahrt. Bis später. Danke, bis später. Oh, ist das schön. Das macht richtig Spaß. Ja, vom Boot aus kann man die Natur ganz anders erleben. Huch, also irgendwie habe ich mit dem geradeaus fahren noch Probleme. Lena, wir fahren ganz rechts an dem Gebüsch vorbei. Okay, Papa. Mama, da kommt ein Gebüsch. Pass auf, dass du nicht reinfährst. Ja, ich weiß. Ach, sowas aber auch. Jetzt hängen wir fest. Mensch, Mama, was machst du denn? Alles klar bei euch da hinten? Wir hängen fest. Wartet mal. Jetzt muss ich auch noch ins Wasser. So ein Mist. Zum Glück habe ich einen kurzen Rock an. So, geschafft. Wir sind wieder draußen. Hilfe, eine Schlange! Was? Schnell ins Boot. Das ist eine Ringelnatter. Ich will die Schlange auch sehen. Wir fahren jetzt lieber weiter. Ringelnattern sind zwar ganz harmlos, aber Schlangen sind einfach nicht mein Ding. Es ist so ruhig hier. Ja, also ich finde das herrlich. Vorsicht, Kopf einziehen! Gerade noch rechtzeitig gesehen, Lena. Mama, da vorne musst du dich klein machen. Ganz schön niedrige Durchfahrtshöhe. Aber ging gerade noch mal gut. Schaut mal, da ist ein Rastplatz. Au ja, machen wir mal Pause? Ich habe Hunger. Wir hatten was Grillen. Ja, ich habe aber leider nichts zum Grillen dabei, sondern nur belegte Brote. Ach, na ja. Hm, lecker. Mama hat eine Schlange gesehen. Ja, eine Ringelnatter. Oh, cool, die hätte ich auch gern gesehen. Kann ich noch was trinken? Ja, klar. Schaut, jetzt sind wir schon hier bei dem Grillplatz. Jetzt geht es nicht mehr lange, dann kommt schon der Ausstieg. Oh, schade. Dann ist die Tour schon vorbei. Ja, wir könnten uns nächstes Mal eine längere Tour aussuchen. Weiter geht's. Na los, Papa, los geht's. Michael, was ist denn das für ein Schild? Ähm, welches Schild? Ah, Papa! Oh, halt dich fest, Lena! Er ist das Stein! Ist euch etwas passiert? Nein, bei uns ist alles okay. Wir haben den Ausstieg verpasst. Jetzt gehen wir halt hier raus. Ihr seid ja lustig. Eigentlich wäre der Ausstieg ja da oben gewesen. Ja, der Papa hat's verpasst. Oh Mann, ich helfe euch, die Boote rauszuziehen. So, geschafft. Und hat es euch Spaß gemacht. Ich fand's toll. Bevor wir das nächste Mal fahren, musst du erst die Schifffahrtszeichen lernen, Papa. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss!